Eine neue Ikone für Londons Skyline. 30 Crown Place, das neue Highlight in der City of London. Es ist die größte Metropole Europas. 7,6 Millionen Einwohner, eine enorme Wirtschaftskraft. Das Zentrum des United Kingdom. Viele zieht es nach London und nicht nur wegen der Sehenswürdigkeiten. Die City of London bietet attraktive Investmentmöglichkeiten. Wir sind hier im Herzen der City of London, Europas führendem Finanzstandort. Es ist ein pulsierender, hektischer Ort. Hierher kommen Geschäftsleute aus aller Welt. Und weitere Folgen. Es ist ein Clustereffekt. Banken wollen dahin, wo andere Banken sind. Anwälte dahin, wo andere Anwälte sind. London ist ein begehrter Standort für Immobilieninvestments. Es ist ein etablierter und transparenter Markt. Investieren hat hier Tradition. Es heißt schon etwas, eine Immobilie im Herzen der City zu besitzen. Bei einem Investment in London ist eine gute Vermietung wichtig. Denn der Markt ist volatil. Eine Landmark-Immobilie wie 30 Crown Place ist perfekt für einen Mieter wie etwa die international tätige Kanzlei Pinson & Masons. Was das Gebäude für uns wirklich außergewöhnlich macht, ist das Licht. Wir haben ein fantastisch helles Gebäude mit einem wunderbaren Blick über die Stadt und auf die vielen Ikonen der Londoner Architektur. Die meisten unserer Kunden haben Büros hier in der City. Es ist sehr wichtig für uns in ihrer Nähe und gut erreichbar zu sein. Die Verkehrsanbindung hier ist ausgezeichnet. So nah an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte mit direkter Anbindung an Londoner Flughäfen. Liverpool Street Station. Liverpool Street Station. Direkt 30 Meter von hier. Und 150 Meter links von mir befindet sich 30 Crown Place. Man kann kaum näher am Bahnhof sein. Ist die Lage von 30 Crown Place schon hervorragend, so steht ihr die innere Qualität in nichts nach. Uns war wichtig, mit dem Design des Innenausbaus Modernität auszudrücken. Damit soll das Gebäude auf Augenhöhe mit unseren Wettbewerbern sein und Pinson & Masons als einen der wichtigen Player für juristische Beratung in London etablieren. Für unsere Kunden soll es das Pinson & Masons Gebäude sein. Sehr wichtig war uns auch, ein Gebäude ganz für uns allein zu haben. 30 Crown Place fängt die Sonne ein. Solarzellen sind das sichtbare Zeichen für ein modernes Green Building. Die unsichtbare Haustechnik ist ein wichtiger Baustein davon. Für den Mieter Pinson & Masons ist es ein attraktives und zukunftsweisendes Gebäude. Wir haben einen Mietvertrag über 20 Jahre und ich erwarte, dass wir die 20 Jahre hierbleiben. Denn wir haben auch noch Raum zum Wachsen. Die City of London ist ein Umfeld, wo Unternehmen präsent sein wollen. Das schafft kontinuierlich Nachfrage und damit einen langfristig wachsenden Immobilienmarkt. Und 30 Crown Place ist eine exklusive Immobilie, die durch ihre Architektur besticht. Ich mag es sehr. Das ist wirklich ein großartiges Gebäude. Ich denke, Pinson & Masons wird sich hier sehr wohl fühlen. 30 Crown Place, London. Von Hannover Leasing. Untertitelung des ZDF für funk, 2017